More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen, Dan. Ich darf dich heute als Gast begrüßen zu unserem Podcast von Player to Player. Die erste Ausgabe, die erste Folge. Wie geht's dir, mein Lieber? Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich auf jeden Fall. Mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ja, ich bin auch überglücklich, dass du heute hier bist. Warum? Weil ich dich schon lange kenne. Aber vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht. Deswegen stell dich doch einfach mal vor. Ich bin Denis Sambasic, bin 20 Jahre alt, habe die letzte Saison bei Kickers Offenbach gespielt, wechsle jetzt zum 1. FC Köln und ja, freue mich auf die Aufgabe dort. Sehr nice, Denis. Sag doch mal, Bruder, wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Bruder, mit sechs Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen in meinem Dorf, also FSV Erber heißt das. Da habe ich angefangen, da habe ich auch die ersten Schritte gemacht und ja, war eine geile Zeit auf jeden Fall. Sehr schön. Wann hat sich so bei dir herauskristallisiert, dass du vielleicht ein wenig talentierter bist als die anderen? So mit acht, neun, habe ich es schon gemerkt, da habe ich auch bei den Älteren gespielt, also ich sollte dann bei zwei Jahren Älteren spielen, denen aushelfen und alles und da habe ich schon leicht gemerkt, dass ich etwas mehr kann als die anderen. Sehr nice. Und erzähl mal, wann ist dieser Step zum NLZ dann letztendlich gekommen oder welches NLZ hast du als erstes besucht, weil ich einfach weiß, aufgrund deiner Karriere, die jetzt natürlich auch irgendwie einen außergewöhnlichen Weg genommen hat. In der Kürze der Zeit wollen wir ja auch diese Fragestellung beantworten, führen auch andere Wege nach oben. Wann hast du diesen ersten Step ins NLZ gemacht? Mit zehn Jahren bin ich dann zum SV Darmstadt 98 gewechselt. War auch dort eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich habe bei mir im Dorf ein Fußballcamp mitgemacht, einfach nur aus Spaß mit meinen Freunden, habe mir nichts dabei gedacht. Meine Altersgenossen waren mir da zu schlecht. Da habe ich die Trainer dort gefragt, ob ich bei den Älteren mitmachen darf. Überragend. Und die haben halt gesagt, okay, für einen Tag ist das okay. Da haben die halt gesehen, was in mir steckt und dann habe ich die ganze Woche bei den Älteren mitgemacht und am Ende wollten die meine Nummer und haben mich dann angerufen und mich zum Probetraining eingeladen. Also wie lange warst du dann beim Darmstadt? Genau zwei Jahre war ich dort. Krass. Wo ging es dann nach hin? Danach ging es zu Eintracht Frankfurt. Auch ein großer Schritt, würde ich behaupten, in dem jungen Alter. Aber meine Eltern standen immer hinter mir, haben immer gesagt, mach, was du richtig hältst. Habe ich dann gemacht und die haben mich immer unterstützt und mich immer gefahren. Ist auch nicht selbstverständlich, muss man sagen. Und ja, dafür bin ich dankbar. Und ich glaube, das ist so ein elementar wichtiger Faktor, dass man die Entscheidung selbst trifft. Mich fragen immer wieder viele Spieler, Alex, was soll ich machen, was soll ich machen? Und ich sage immer, du musst selbst entscheiden, denn du musst am Ende diesen Weg gehen. Wenn du nicht bereit bist, dann auch zu spielen, wirst du immer mit dem Finger auf andere zeigen. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, ja. Und deswegen finde ich das auch super, dass du gesagt hast, okay, in den jungen Jahren, du entscheidest selbst. Es ist ja nicht fatal oder es ist kein Fehler, Meinungen von anderen Menschen einzuholen. Aber man muss die Meinung von anderen Menschen und seine eigene Meinung nutzen, um einen Lösungsweg zu finden, den man auch bereit ist zu gehen, wenn es nicht läuft. Genau, Bruder. Weil wenn es nicht läuft, Bruder, du weißt es, die Ausreden sind ganz einfach, wie zum Beispiel, der Trainer ist schuld und sonstiges. Oder Mama oder Papa hat doch gesagt, ich soll gehen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, deswegen Entscheidungen selbst zu treffen, ist richtig, richtig, richtig. Und das hast du in jungen Jahren schon gemacht. Ja, genau, ja. Darmstadt hat mir auch angeboten, ja, bleib hier, du bist dann Kapitän bei uns und alles. Ich war ja schon im zweiten Jahr dann zweiter Kapitän. Aber ich habe den Step vereint, aber ich habe den für richtig empfunden. Und deswegen habe ich den dann auch gemacht. Und welcher Jahrgang war das? Also welche Jugend? Ich bin dann zu U13 dorthin gewechselt, genau. Aha, krass. Ja. Okay, und dann bist du nach Frankfurt. Und wie war die Zeit in Frankfurt? Also am Anfang war es nicht so gut. Ich habe die Vorbereitung verpasst. Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Also schlechter Anfang beim neuen Club. Ich habe die komplette Vorbereitung, wie gesagt, verpasst. War sechs Wochen draußen. Und als ich dann wieder da war, habe ich halt noch gemerkt, dass mein Schlüsselbein noch immer nicht so gut ist. In vielen Aktionen hatte ich einfach Schmerzen. Das hat sich dann lang gezogen, bis ich dann komplett fit war. Und ja, das war auch so. Ich würde behaupten, schon eine schwierige Zeit. Die hatten so geile Turniere in Belgien. Ja, 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 da waren wir auch. Die Wahl und ich habe die alle verpasst. Ja, und zwar schon so ein kleiner Bruch, würde ich behaupten, so für mich. Ja. Also letztendlich müssen wir sagen, das war vielleicht die erste Phase, wo du vielleicht nicht so erfolgreich warst, wie du es kanntest. Ja. Was hat es mit dir gemacht? Also ich war dann erst mal, in der U13 gibt es ja natürlich keinen Stammspieler, aber ich war dann immer auf der Bank. Und bei Darmstadt war ich immer gesetzt, habe auch immer gespielt. Und dann war es komisch, mal die andere Seite kennenzulernen, mal auf der Bank zu sitzen, mal nicht so wichtig zu sein wie in Darmstadt. Und darauf musste ich jetzt erst mal, oder musste ich damals erst mal klarkommen, dass es jetzt was Neues ist. Aber mit der Zeit hat man es verstanden. Und ja. Was hattest du da verstanden? Was war so, dass du sagst, okay, du raffst dich wieder auf, du machst weiter? Ja, ich habe mehr gemacht. Ich bin dann mit meinem Vater. Mein Vater hat mich, wie gesagt, immer unterstützt, auf den Platz gegangen, habe extra Einheiten gemacht, um einfach wieder nahe ranzukommen, um wieder der Beste zu sein. Und ja. Hat dann am Ende wieder ein bisschen besser geklappt, habe dann wieder gespielt. Aber dann war das ja auch vorbei. Ja. Also, ganz ehrlich, geil gesagt, mehr machen als die anderen. Und ich glaube, auch in dieser Situation des Mehrmachens haben wir uns damals auch im Kraftraum gesehen. Ich habe die Situation, ohne Witz, als ich wusste, dass du kommst, hatte ich die Situation, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe im Kopf. Kraftraum, an dieser Stange da, ich will gerade meinen Klimmzug machen, ich sehe dich, ich habe dich locker angesprochen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon damals. Und ich habe dich schon damals gesehen und dachte mir, okay. Geiler Typ. Was ein Tier. Ja, ja, geiler Typ. One off. Nein, nein. Aber deswegen, weil ich da gewusst habe oder mit dir gesprochen habe, wusste ich, dass du verletzt bist und haben uns da ein bisschen ausgetauscht. Und dann, muss ich ehrlich eingestehen, ist der Weg so ein bisschen, sind wir aneinander vorbeigegangen. Aber ist ja jetzt in den letzten Tagen oder letzten Wochen und Monaten schon wieder intensiver geworden. Auf jeden Fall. Und erzähl mal. Weil ich war jemand, der viel, viel mehr gemacht hat, weil ich wusste, ich habe zwar Talent, aber harte Arbeit muss geliefert werden oder gemacht werden, damit ich das wirklich bekomme, was mir zusteht, was andere vielleicht ein wenig einfacher bekommen. Weißt du, was ich meine? Und in dieser Phase, wo du warst, mit dieser Verletzung, glaube ich, hat dich das jetzt auch bis jetzt geprägt, auch mehr zu machen als die anderen? Oder was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, du machst teilweise immer noch mehr als die anderen? Ja, dieser Punkt war es auf jeden Fall damals schon, weil ich bin ja lange ausgefahren. Ich war, glaube ich, am Ende acht bis zehn Wochen, wo ich komplett draußen war. Und da muss ich auch erst mal wieder fit werden. Bin dann auch für mich schon gegangen. Mein Vater hat mir auch gesagt, mach mehr, mach mehr. Also er hat mich schon gepusht. Und ja, seitdem mache ich eigentlich schon immer mehr. Also jetzt die ganzen Jahre über immer mehr, mehr, mehr. Und ja, das hat mich schon geprägt, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Jetzt kommt natürlich die Frage, zahlt sich harte Arbeit aus? Mehr machen? Auf jeden Fall. Man merkt es auf dem Platz. Wenn du einfach fitter bist als die anderen, das ist einfach das geilste Gefühl. Dann weißt du, dass du es richtig gemacht hast. Ja, definitiv. Kann ich nachvollziehen. Kenne ich auch. Kenne ich auch. Und ich glaube, wenn man einmal in dem Genuss des Mehrmachens gekommen ist und damit auch Erfolg hatte, hört man niemals wieder auf, mehr zu machen. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Ist jetzt immer noch so. Ich mache jetzt immer noch mehr als die anderen. Wir haben Laufpläne. Und ich versuche da immer ein bisschen mehr zu machen. Ja, und da muss man aber natürlich auch irgendwie auf den eigenen Körper hören. Ja, also man sagt mehr machen und so weiter und so fort. Aber wenn es manchmal zu viel ist, hat man dann hinten heraus vielleicht nicht mehr die Kraft oder die Energie, weil man einfach zu übertrieben hat. Aber wie hast du das Pensum für das Mehrmachen von dir irgendwie reinbekommen? Also damals in der U13 hatten wir, glaube ich, dreimal Training. Und dann zwischen den Tagen habe ich, wenn ich mich gut gefühlt habe, natürlich mehr gemacht. Und jetzt ist es immer noch so, wenn ich mich gut fühle, dann mache ich mehr. Aber wenn ich merke, okay, mein Körper braucht diese gewisse Pause, mal nichts zu machen, einfach mal nichts, einfach mal zu Hause zu chillen und mit den Freunden rauszugehen, dann mache ich das auch. Das ist auch sehr, sehr wichtig für den Körper, finde ich. Okay. Kommen wir zurück zu dieser Verletzung. Ja, du hast ja gesagt gehabt, du hast dann wieder gespielt, oder? Nach diesen zehn Wochen. Und was ist dann passiert? Nach den zehn Wochen habe ich dann wieder gespielt, aber ich habe gemerkt, ich war nicht mehr so der Alte. Also mir ist aufgefallen, dass das Tempo ein bisschen weg war. Ich weiß nicht, woher. Ich war damals sehr, sehr schnell. Woher denkst du? Ja. Sehr, sehr schnell. Und nach der Verletzung war ich echt so, wo ich mir dachte, ey, ich bin langsam geworden. Ich war ja da auch Außenspieler, als ich kam. Okay. Und am Ende wurde ich dann Zehner. Also habe ich dann eine neue Position für mich gefunden. Und ja, das war auch so ein Edith, wo ich dachte, okay, vielleicht bin ich echt ein bisschen langsamer geworden. Wie ging der Weg dann weiter? Dann U14, Übernahmegespräch, wurde ich übernommen. Wir haben gesagt, wir sehen dein Potenzial, wir sehen, dass du arbeitest und alles. Da wurde ich schon gepusht. Die U14 beging auch sehr gut. Ich war auch fit. Ich habe auch alles mittrainiert, alles gemacht. Der Trainer stand auf mich, würde ich behaupten. Hat da mein Passspiel schon sehr gepusht. In dem jungen Alter, ich war 13 Jahre alt, hat er schon gesagt, boah, du hast ein gutes Passspiel und alles. Und ja, da hat man gegen die Älteren gespielt. Also wir waren U14 und man hat gegen die U15 gespielt. Ja. Und damals war ich halt noch sehr klein, sehr schmächtig, muss ich sagen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sehr klein, sehr schmächtig, Bruder. Und ich musste halt irgendwie anders meinen Weg finden. Also durch Technik schneller den Ball abspielen. Ich konnte nicht mehr so ins Dribbling gehen, weil ich dann einfach weggeschoben worden bin. Das hat einfach körperlich damals für die U15 noch nicht gereicht. Ja, krass. Aber das ist auch wieder so ein Indiz, wo ich sage, geil, ein junger Spieler erkennt, dass er was an seinem Spiel verändern muss, um eine bessere Leistung zu erzielen. Und macht das dann aber auch irgendwie zum Signature-Move. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, jetzt nach dem Spiel, ich war ja beim FSV dabei, als ihr gegen FSV gespielt habt, diese Fähigkeiten, ein paar Spiele, Technik, Technik und auch dieses räumliche Denken und diese Lücken sehen, das liegt dir. Das habe ich genau in diesem Jahr für mich gefunden, weil ich musste genau das machen, weil, wie gesagt, ins Dribbling gehen war da damals schwer. Da habe ich, wie du sagst, diese Räume immer gesucht, links, rechts, Schulterblick, schnell aufdrehen, schnell durchstecken und ja, die Fähigkeiten habe ich zum Glück mitgenommen, jetzt auch noch. Geil, 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 feiere ich, wirklich. Ja, und erzähl mal, was ist danach passiert in dieser Phase? U14 habe ich dann sehr, sehr oft gespielt, würde ich sagen, aber manchmal halt nicht, weil bei Eintracht war es ja, kamen die, die in der U15 nicht gespielt haben, kamen oft zu der U14 und haben dort gespielt, dann war ich manchmal draußen, muss ich auch sagen, sei auf der Bank wieder, aber an sich, ich habe viele Scorer da schon gehabt in der U14 und da hatte ich eigentlich alles gut angefühlt. U14 war für mich auch ein gutes Jahr bei Eintracht, habe mich da sehr, sehr weiterentwickelt und ja. So, und du bist ja ein junger Kerl da gewesen, also bist das ja immer noch, aber sag mal, wie hast du es mit der Schule und mit deinem Privatleben alles unter einen Hut bekommen? Weil ich zum Beispiel weiß, ich habe mich echt hin und her gehetzt damals von der Eintracht, von der Schule, so und so und so und habe versucht, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Du kennst das ja, früher haben die Leute, die Kollegen an der Tür geklingelt, Mama sagt, Alex ist heute nicht da. Weißt du, was ich meine? Wie war es bei dir? Ich muss ehrlich sagen, dass Fußball immer Nummer eins war bei mir. Also ich habe mich in der Schule natürlich bemüht, habe auch gute Sachen dort erreicht. Sehr gut. Aber mir war Fußball schon damals in den jungen Jahren wichtiger, wenn du meine Eltern fragst, die werden dir genau das Gleiche sagen. Immer Fußball, Fußball, Fußball. Ja. Ja, und so war es damals und jetzt immer noch. Sehr gut. Ja, aber man muss ja, wie du gesagt hast, Schule hast du ja auch gemacht. Ja, natürlich. Erfolgreich und deswegen passt das ja. Und wie war dein Zeitmanagement? Also in der Zeit? Von der Schule kommen, was essen, Hausaufgaben machen und dann bin ich schon fast immer zum Training gefahren. Also ich habe ja einen Weg von mir zu Hause zu Frankfurt. Eine Stunde habe ich immer gebraucht. Wow. Und das jeden Tag, wie gesagt, da muss ich meinem Vater auch ein großes Lob aussprechen, dass er es immer mitgemacht hat. Er hat nie irgendwie gesagt, boah, heute wieder fahren wir oder was. Der hat es liebend gerne gemacht. Und ja, dann immer Training, dann wieder eine Stunde nach Hause fahren, im Auto was essen und dann war man wieder zu Hause und Zähne putzen und ab ins Bett. Krass. Krass, wirklich. Weil als du sagst, im Auto was essen, ist mir gerade so ein Flashback gekommen. Bei mir auch. Meine Oma hat mir immer so eine Tupperbox fertiggestellt mit so Brot und mit so ein bisschen Wurst. Und dann, Alex, iss was, Junge. Ja, bei mir genauso. Meine Mutter hat immer was gemacht, iss was und ja, habe ich dann immer gemacht. Aber man hatte abends dann nicht mehr so viel Zeit zum Essen, deswegen im Auto. Das stimmt. Geil. Okay, wir haben jetzt diesen Stand. Du hast eine gute Saison gespielt, alles so ziemlich erfolgreich. Wie ging es da weiter, mein Lieber? Übernahmegespräch U15, Eintracht Frankfurt. Wurde übernommen. Und der Trainer hat damals gesagt, entweder du frisst oder du wirst gefressen. Und wieder das mit Potenzial, wir sehen dein Potenzial, dies, das, aber diesen Spruch, den ich gerade gesagt habe, hat er gesagt. Habe mich in der U15 auch wieder gut vorbereitet, in der Vorbereitung, habe wieder mehr gemacht. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so an Eintracht denke, ist die U15 für mich, war es persönlich das schlechteste Jahr. Also wirklich mit Abstand das schlechteste Jahr. Habe keine Rolle gespielt, wirklich keine Rolle. Krass. War dann auch in der U14, so wie ich das vorhin erzählt habe, dann war ich auch in der U14, habe da ausgeholfen. Aber wenn ich zurück jetzt an die U15 denke, persönlich gesehen, mein schlechtestes Jahr. Also kein Erfolgreich. Also ich war da sehr, sehr dauernd, muss ich sagen. Verstehe ich. Ich kenne die Phasen auch, Bruder. Also definitiv. Ich kann darüber ein Lied singen, nicht zu spielen, trotzdem zu investieren und mehr zu machen und dann vielleicht nicht das zu bekommen, was man eigentlich denkt oder was einem zusteht. Und ich glaube auch, dass diese Tage, wenn du wirklich wusstest, du hast alles gegeben und es am nächsten Tag trotzdem nicht geklappt hat. Weißt du, was ich meine? Dieses neue Versuchen. Wie bist du mit dieser Phase umgegangen in der Zeit? Ich muss sagen, ich war sehr, sehr traurig. Ich kann mich zurück erinnern, wir hatten Testspiel in Dortmund. Ich war einfach nicht im Kader. Wow. War auch wieder was Neues für mich. So zwei, drei Spieler waren nicht im Kader und ich habe dazugehört. Musste ich auch erst mal schlucken, musste ich auch erst mal irgendwie verarbeiten. Meine Eltern waren natürlich auch sauer. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, hat es einfach damals nicht gereicht. Ich war damals noch nicht so weit. Aber das ist ja krass. Du sagst jetzt zurück, also reflektiert sagst du, ey, ganz ehrlich, ich war vielleicht noch nicht auf dem Level, dass ich letztendlich dort verdient hätte, mitzufahren oder Stamm zu spielen. Weil diese Spiele gegen Dortmund, das ist ja eigentlich, worum es geht, ja, in diese, weißt du, was ich meine? Also, da siehst du auch teilweise die jungen Kicker, wo man sagt, ey, der ist krass, der ist, der wird was und so weiter und so fort. Und du kannst dich mit den Besten messen, auch so ein bisschen außerhalb von Hessen, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und dann sagst du jetzt mit deinem Mindset, ey, ganz ehrlich, nein. Ey, es hat nicht gereicht, weil körperlich da immer noch schwach, ich bin zwar ein bisschen gewachsen, aber ich war immer noch klein. Wenn ich so zurücküberlege, 14 Jahre alt, was für Spieler da manchmal waren, alle schon komplett breit, alle schon komplett fertig. Einer hatte komplett Bart, wo ich mir dachte, okay, was ist das jetzt hier? Und ich war noch so ein kleiner Junge, ich war noch so ein kleiner Junge, auch vom Mindset, war sehr zurückhaltend da in der Zeit, hat einfach nicht gereicht, muss ich sagen. Wie hast du das Mentalwerk gesteckt damals? Ich hatte so, mir war es einfach scheißegal, muss ich sagen. Ich habe für mich trainiert, für mich im Training immer alles gegeben und wenn der Trainer es nicht sieht, dann sieht er es nicht. Aber ich wollte mich persönlich weiterentwickeln, auch mal mit so einer Situation klarzukommen, einfach mal überhaupt keine Rolle zu spielen. Also ich war sehr viele Spiele nicht im Kader, gar nicht. Das zu akzeptieren erst mal war, wie gesagt, schwer, aber nach einer Zeit hat man es dann einfach irgendwie versucht zu akzeptieren. Man wusste mal, man wird eh nicht mehr spielen. Krass, krass. Und sag mir noch einmal, wie lange hat es dann gebraucht, den Eltern zu sagen, zum Beispiel, dass du nicht in der Stammelf bist oder nicht mitfährst, beim ersten Mal. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, die Eltern denken, okay, mein Junge, der ist gut, der macht das Training gut, weiß du was ich meine. Und die sind auch teilweise mal beim Training dabei und sehen, ey, der ist ja besser als der andere. Und weiß du was ich meine, die haben auch eine gewisse Erwartung und man will sie ja letztendlich auch gar nicht enttäuschen. Deswegen sagt man vielleicht, oh, ich bin heute nicht so gut drauf oder ich bin verletzt oder Sonstiges. Weißt du, was ich meine? Also ich habe schon alles erlebt von den Jungs. Weißt du, was ich meine? Also wie lange hat das gebraucht, dass du da open warst und gesagt hast? Beziehungsweise meinen Eltern, das sind wir direkt und ehrlich, wo ich zum Beispiel in Dortmund nicht im Kader war. Es war so ein Tag nach dem Training, sollte ich erstmal noch bei einem Mitspieler schlafen, weil es ja nicht der Weg ist, sollte ich da schlafen. Dann habe ich gesagt, ey, ich bin nicht im Kader. Dann haben die mich von dort abgeholt, haben gesagt, okay, du kommst mit nach Hause. Natürlich, sie waren auch sehr enttäuscht. Es war auch sehr schwer für mich, das zu sehen, dass meine Eltern enttäuscht für mich sind, weil sie machen ja alles für mich. Sie fahren mich zum Training, holen mich ab, machen das, machen das. Aber ich und mein Vater haben, wie gesagt, stand jetzt auch heute noch so ein Verhältnis, das muss ich jetzt immer ehrlich alles sagen. Und es war damals auch so. Er hat auch gesagt, lass dich nicht unterkriegen, mach einfach weiter, irgendwann wirst du belohnt.